Du hörst den Jeans Alliance Podcast. Herzlich Willkommen in der neuen Woche. Heute ist Montag und wir starten heute den Montag mit einer Q&A, denn ich habe eine Frage aus der Community bekommen und die Frage lautet, wie mache ich mein Startup schnell profitabel? Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann riffen wir so ein bisschen auf diesem Thema. Bis gleich. Wenn aus SMART genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Es wäre natürlich schön, wenn es auf diese Frage eine einzige für alle Startups funktionierende Antwort geben könnte. Gibt es aber leider nicht. Also mein Job heute ist hier in dieser Podcast-Folge für euch so ein paar Anregungen zu geben, was ihr in eurem Startup vielleicht noch nicht ausprobiert habt oder an was ihr vielleicht noch nicht gedacht habt. Vielleicht die eine oder andere Perspektive, die es sich lohnt einzunehmen. Und deswegen möchte ich gerne anfangen mit dem Thema Geschäftsmodell. Wir sind ja bei einem Startup relativ frühzeitig dabei, hoffentlich zumindest auch in deinem, dass wir über Geschäftsmodelle nachdenken. Jetzt wirst du schon merken und sagen, Geschäftsmodelle, Mehrzahl, wieso, warum? Eins reicht doch. Ein Startup, ein Ziel, eine Vision, eine Mission, ein Team, ein Geschäftsmodell. Und das sehe ich nämlich ein bisschen anders. Denn das grundsätzliche Geschäftsmodell lässt sich sicher in einem ersten Businessplan abbilden. Aber ich habe ehrlich gesagt noch kein Startup kennengelernt, was nicht mehr als eins haben könnte. Wir denken immer nur an eins. Also angenommen, ich habe eine Software entwickelt, dann will ich für die Software irgendwelche Lizenzeinnahmen haben. Das wäre jetzt so das Geschäftsmodell. Das habe ich damals auch geglaubt, als wir eine Interactive Signage-Lösung gebaut haben. Und habe gedacht, okay, der Profit liegt in der Idee des Geschäftsmodells, dass ich mit Lizenzen quasi das Geld verdiene. Was ich aber später als völliger Irrtum herausgestellt habe. Denn wir haben mit der Werbevermarktung auf diesen interaktiven Displays Geld verdient. Das war das tragende Geschäftsmodell am Ende. Darauf sind wir am Anfang nicht gekommen. Warum? Weil am Anfang hatten wir natürlich den Tunnelblick und haben gesagt, hey, wir haben eine coole Hardware gebaut. Wir haben coole Software entwickelt. Und dann haben wir natürlich hochgerechnet entsprechend einem Businessplan, wie man das so brav macht. Was kommt dabei heraus, wenn ein größeres Unternehmen uns diese Produkte abkauft? Also dann haben wir dann die Preisstaffeln und so weiter und so ausgerechnet. Woran wir gar nicht gedacht haben, ist, dass wenn unser Gerät im Stand-by-Modus ist, also gar nicht benutzt wird, dann sind das ja im Grunde freie Werbezeiten. Also unsere Geräte stunden am Point of Sale und in diesen freien, nicht benutzenden Zeiten, also an denen kein User an diesen Geräten war, war das natürlich eine hervorragende, fernwirkende Werbefläche. Also haben wir diese Werbefläche verkauft. Und siehe da, der Ertrag war viel größer als das reine Lizenzgeschäft. Was haben wir am Ende gemacht? Wir haben am Ende die Lizenz wegfallen lassen. Dadurch hatten wir natürlich eine ganz andere Sogwirkung auf das Produkt, weil jeder wollte es haben. Es kostet ja nichts. Und wir haben letztendlich über die Werbefinanzierung das Produkt verkauft. Und jetzt kannst du dir jetzt mal für dein Start-up überlegen, inwieweit du über das bestehende Geschäftsmodell, was du dir ganz sicher überlegt hast, vielleicht noch ein paar andere Perspektiven einnehmen kannst und überlegen kannst, okay, wie kann ich das Geschäft vielleicht noch zusätzlich finanzieren? Auch immer eine interessante Frage, Lizenzgeschäft ist prima und wir rechnen das uns am Anfang natürlich immer schön. Aber was passiert? Oder setz einfach mal den Aufwand im Vertrieb gegenüber. Also rechne mal die Lizenzen aus und überleg dir mal, wie viele Kunden, vielleicht sogar Konzerne, musst du davon überzeugen, durch wie viele Einkaufsabteilungen in den Konzernen musst du durch, und das ist echt anstrengend, mit wie vielen Unternehmen hast du zu tun, wo du vielleicht sogar pitchen musst, wo du eine Ausschreibung hast. Auch das ist echt ein langwieriger Sale-Cycle. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, schneller, eleganter, skalierbarer in Geschäftsmodelle einzutauchen oder die in Ergänzung additiv dazuzunehmen, die dir vielleicht was, ja, mehr Ertrag bringen oder vielleicht ein schnelleres Wachstum ermöglichen. Es gibt durchaus, sag ich mal, Business-Konzepte, die also in wenigen Wochen die Möglichkeit geben, Umsatz zu machen. Das kommt immer ganz darauf an, was du für ein Business hast, ja. Also hast du physische Produkte, dauert es in der Regel länger. Hast du digitale Produkte oder Dienstleistungs-Service-orientierte Produkte, geht es in der Regel schneller, zumindest nach meiner Erfahrung. So, und diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle, die müssen auf jeden Fall ausprobiert werden. Und das ist total wichtig, ja. Also relativ früh im Markt, da kannst du auch mit einem Prototypen, mit einem MVP oder was auch immer schon loslaufen und sagen, hey, ich will das mal ausprobieren. Das kannst du sogar machen mit einer ganz einfachen Landingpage, wo das Angebot drauf ist, wo du das einfach mal ein paar Leuten schickst und sagst, hey, wie sieht es aus? Funktioniert das für euch? Ihr werdet meine Zielgruppe, kannst du mir ein Feedback geben, ob dir noch irgendwas unverständlich ist, ob irgendwas nicht klar ist, ob der Preis zu hoch, zu niedrig ist. Ja, also da ist die Phase der Marktforschung extrem wichtig. Was viele falsch machen, ist davon auszugehen, dass man selbst schon verstanden hat, wie der Kunde funktioniert. Das ist der große Fehler, das ist der Glaubenssatz, von dem wir uns lösen müssen. Wir wissen nicht, wie unsere Zielgruppe funktioniert, ohne sie zu fragen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Satz. Also wenn du eins mitnimmst aus diesem Podcast, dann bitte diesen Satz. Weil es ist natürlich schon eine gewisse Verführung da, weil ich ja mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann stellt sich irgendwann so im ganzen Team die Einstellung, macht sich breit innerlich, wo du sagst, naja, wir wissen schon, wir haben das ja recherchiert, wir haben uns ja schlau gemacht, wir haben auch mit ein paar Leuten geredet. Was ich jetzt aber nicht als Research oder wirklich als, ja, als iterativen Prozess formulieren würde, sondern es ist eher so eine Haltung, die sich entwickelt, so eine gewisse, ich überziehe jetzt mal ein bisschen, so eine gewisse Überheblichkeit zu glauben, dass man wisse, wie der Markt funktioniert, wie die Zielgruppe funktioniert, wie die Verkaufs-, Vertriebs- und Marketingwege funktionieren. Auch wie die Kommunikationswege funktionieren. Machen wir da mal einen kleinen Abstecher hin zu den Geschäftsmodellen, hin zur Kommunikation mit den Geschäftsmodellen, so rum. Und zwar ist es wichtig zu verstehen, dass man relativ schnell rausgeht in der Kommunikation mit dem Thema, was ihr gerade bearbeitet, mit eurem Business-Konzept. Ja, also habt keine Angst, dass euch irgendeiner die Idee klaut, sondern kommuniziert das dosiert, aber relativ frühzeitig schon öffentlich, ja, sodass Kooperationspartner eine Möglichkeit haben, euch zu finden, Business-Angel, Investoren eine Möglichkeit haben, euch anzusprechen, schon in der frühen Phase. Das ist ein ganz interessanter Markt momentan. Ja, also die Startups suchen sich eher die Investoren aus. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Und nicht andersrum, wie es vielleicht, weiß ich nicht, vor zehn Jahren war. Da war das dann eher so ein strenges Selektieren. Ja, da bist du eher mal abgelehnt worden und nicht eingeladen worden, was eine gute Idee gewesen wäre. Sondern heute ist das ein bisschen anders. Deswegen frühzeitig rausgehen mit einer Kommunikation. Und damit meine ich, schickt Newsletter, ja, verteilt das an eure Freunde, Bekannte und jeder bei euch im Team macht das auch. Und dann baut sich zumindest mal so eine Bubble um euch auf. Und natürlich meine unbedingte Empfehlung, Podcasts zu machen. Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis für dich in eigener Sache. Wie du sicher weißt, lieben wir Podcasts. Immerhin sind wir seit 2015 mit diesem Podcast hier am Start, haben über 1.000 Folgen produziert, erreichen jeden Monat bis zu 70.000 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und durften bereits vielen anderen Unternehmen im Podcasting helfen. Für uns ist ein Podcast das perfekte Kommunikationstool im Digital Leadership, um exakt die gewünschte Zielgruppe zu erreichen, Fachkräfte zu finden, eine Personal Brand zu etablieren oder auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen. Ein eigener Podcast ist das effizienteste Digital-Marketing. Kaum Kosten und wenig Zeit-Invest. Und du erreichst Top-Ergebnisse in Marketing, Vertrieb und HR. Von der Beratung über die Konzeption, Produktion bis hin zur Vermarktung helfen wir dir da, wo du selbst nicht weiterkommst oder wir übernehmen deine Podcast-Produktion im Full-Service. Wir wissen über Podcasting alles, was man wissen muss, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann besuche uns gern auf unserer neuen Website unter www.genius-alliance.fm oder du findest den Link natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter hier. Da habt ihr keine größeren finanziellen Investments, auch keine zeitlichen Investments. Das Ding ist echt super schnell produziert. Und ihr könnt hinter die Kulissen schauen lassen. Also wie arbeitet ihr? Wie seid ihr drauf? Was habt ihr für eine Unternehmenskultur? Ja, was treibt euch an? Wo sind eure Schmerzpunkte auch? Also wirklich absolut authentisches Personal Branding. Und auf der anderen Seite Unique Content zu euren Themen, zu euren Schwerpunkten, zu eurer Expertise. Also unbedingt diese Überlegung zumindest mal mitmachen. So, nochmal zurück zu den Geschäftsmodellen. Also wir brauchen einen Forschungsprozess, einen iterativen Prozess, um Geschäftsmodelle zu validieren. Also um die auszuprobieren. Und es ist nicht schlimm, aber wichtig, wenn etwas nicht funktioniert, das Geschäftsmodell auch sofort zu verändern oder wenn nicht sogar auszutauschen, ginge Neues. Also nichts ist schlimmer zu sagen, okay, wir probieren es jetzt weiter und weiter und weiter und die Zeit rennt euch einfach weg. Sondern dass ihr hergeht und sagt, okay, ich habe dieses Produkt probiert, ich habe dieses Bundle probiert, ich habe diesen Preis probiert. Nicht länger ein totes Pferd reiten. Wenn ihr merkt, es gibt keine Nachfrage und es gibt bei eurer Zielgruppe kein Verständnis für den Preis oder für das Preis-Leistungs-Verhältnis, dann müsst ihr das so schnell wie möglich verändern und herausfinden, was am Markt besser funktioniert. Auch die Preishöhe ist total entscheidend. Wenn ihr das zu niedrig ansetzt, ist es unter Umständen eurem Gegenüber, eure Zielgruppe nichts wert. Also den Wert bemesse ich schon auch am Preis. Und ist der Preis zu hoch, dann ist das Wucher, dann passt dieses Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, dann ist es einfach nur maximal überzogen. Was man auch gut machen kann, ist für Geschäftsmodelle, die Community, wenn ihr eine habt, also auch nochmal der Tipp, möglichst eine Community aufbauen, die ihr fragen könnt und mit der Community zusammen eine Preisfindung machen. So als Impuls, nicht als gesetzt und geregelt, sondern dass ihr zumindest mal fragt und sagt, wie würdet ihr das gestalten oder ist dieser Preis für euch in Ordnung? Also ich finde diese Feedback-Kultur ist immens wichtig. Da habt ihr die meisten Learnings. Tut mir leid, also die Stimme ist heute einfach für den Eimer. Genau, also diese Feedback-Kultur ist total wichtig und vor allen Dingen auch den rechtzeitigen Sprung zu wagen, also den Absprung zu wagen von einem Geschäftsmodell, was nicht funktioniert. Und bitte prüft auch nochmal, habe ich am Anfang in dieser Podcast-Folge gesagt, prüft auch nochmal, inwieweit mehrere Geschäftsmodelle sinnvoll sind. Ein Thema ist auch nochmal das Thema Kooperationen. Ich nenne das auch gerne, wenn ich im Marketing, also mich aufhalte strategisch, das Huckepack-Marketing. Überlegt euch mal, wer ist eurer Zielgruppenbesitzer und eurer Auftragsbesitzer? Mit wem könnt ihr zusammenarbeiten? Wem ergänzt ihr das Wertschöpfungsportfolio? Also das finde ich zum Beispiel auch eine ganz spannende Überlegung, dass man ja einen Partner am Markt finden kann, wo man sagt, okay, du bietest das an und dann müsste es ja eigentlich für den Kunden weitergehen und das könnte ich liefern. Oder umgedreht, du stehst am Anfang der Wertschöpfungskette und dann geht es weiter. Nach der Wertschöpfungskette deines Partners zu arbeiten, ist insofern entspannter, weil der Partner ja schon die, deswegen Auftragsbesitzer, die Kunden, die Zielgruppe für sich als Kunden gewonnen hat. Der macht mit denen schon Geschäfte. Das Vertrauen ist schon da. Und wenn der sagt, pass mal auf, ich leiste nur bis hierhin, aber mein neuer Partner, Partnerin, kann das noch dazu bauen, dann ist das natürlich interessant, weil der Kunde sagt, wow, das kriege ich alles aus einer Hand. Ihr arbeitet zusammen, das ist validiert. Es ist ein valider Anbieter, den du mir hier empfiehlst. So, dann ist das eine ganz andere Geschichte und dann kann man den Kooperationspartner mitbeteiligen und was sich da sonst noch daraus ergibt. Manchmal gibt es ja sogar Situationen, wo der Kooperationspartner sogar als Investor oder als Mitgesellschafter in das Startup einsteigt und sagt, hey, geiles Produkt, das brauchen wir, bam, da passiert ein Merch. Also unbedingt die Augen offen halten nach Kooperationspartnern und Multiplikatoren. Nicht nur das Geschäftsmodell betreffend, sondern auch in der Kommunikation. Also manchmal, wenn wir mal beim Thema Podcast bleiben, weil wir hier gerade einen machen, dann gibt es ja durchaus Podcasts, die jetzt keinen unmittelbaren Kontakt mit der Zielgruppe haben in Form von, das sind jetzt alles Kunden, sondern sie sind einfach als Hörerschaft in deren Community, dann ist das natürlich auch ein spannender Multiplikator. Also wenn ihr jetzt gerade einen Investor sucht für einen, weiß ich nicht, Kosmetikartikel und ihr kennt einen Podcast, wo es genau um diese Themen geht, also um Investitionen im Bereich Kosmetik, dann kannst du davon ausgehen, dass der eine oder andere Investor, Business Angel diesen Podcast hört und wenn er dir dann begegnet mit deinem Startup, weil ihr euch vorstellt und da so ein paar Einblicke geben könnt und ein paar Erfahrungen tauscht, dann ist das natürlich auch interessant. Also die Multiplikatoren nicht nur im Business suchen, also in der Auftrags- und Zielgruppenbesitz, wie soll ich sagen, Kooperationspartner, sondern auch bei den Multiplikatoren, Influencern zum Beispiel oder Podcastern oder Bloggern, je nachdem, was ihr so in eurem Umfeld habt, die in der Richtung kommunizieren und Marketing machen, auch super wichtig. Und wenn ihr diese Sachen so mitnehmt, also Podcast machen, haben wir jetzt gesagt, Multiplikatoren, also Kooperation mit Multiplikatoren und Geschäftsmodell validieren, ausprobieren, forschen, fallen lassen, neue zusätzliche ergänzende Geschäftsmodelle und auch ein paar Perspektiven einnehmen, dann habt ihr so einen richtig schönen Startup-Booster und gleichzeitig, und das ist das Interessante, gleichzeitig auch so eine Proof-of-Concept-Phase, weil ihr könnt sehr schön mit eigenen Bordmitteln wenig finanziellen Aufwand ausprobieren und sagen, funktioniert das überhaupt, was wir da entwickelt haben? Also wir waren zum Beispiel mit unserer Interactive Signage-Lösung eigentlich zu früh im Markt, das haben wir dann am Ende auch gemerkt. Das fängt jetzt erst an, also kennt ihr diesen Spiegel, wo du davor stehst und der macht dann irgendwelche Übungen und du machst das einfach nach, also dein Personal Trainer für deinen Sport zu Hause? Ja, sowas haben wir zum Beispiel für die Modewelt damals für Shopping-Malls oder Boutiquen oder sowas entwickelt. Wir haben es genannt den Fashion Advisor, das heißt, du hast dich eigentlich für ein Display gestellt, hast dir aber gedacht, das ist ein Spiegel, also es wirkt wie ein Spiegel, Display mit Kamera und deine Klamotten wurden getrackt per RFID und dann haben wir dir noch Schuhe empfohlen und haben dir auch gesagt, dass die in deiner Größe da sind oder in einer anderen Filial abgeholt werden können und solche Sachen. Also viel zu früh, viele Jahre her, viel zu früh, ja, so ist es manchmal, aber auch das ist eine Erkenntnis, die man unbedingt mit einfließen lassen muss. Manchmal ist es für ein Startup einfach auch noch zu früh, ja, wenn ich an diese ganzen Web drei Sachen denke, so mit Blockchain und NFT und dann ist es vielleicht im Moment, je nachdem, was du für ein Geschäftsmodell hast, auch noch ein Ticken zu früh. Also zumindest in Deutschland, ja, der Rest der Welt ist ja irgendwie ein bisschen weiter und schneller als wir. Okay, also das mal heute auf die Schnelle, so ein bisschen geriffed auf dieser Frage, wie mache ich mein Startup schnell profitabel? Ich denke, es sind wichtige Basics, die Hausaufgaben, die musst du machen und wir können ja gerne nochmal eine Podcast-Folge machen zu der Extended Version, also diesen Turbo-Profitabilitäts-Knopf zu drücken, aber wichtig ist, die Basics zu machen. Wenn die nicht funktionieren, wenn die nicht klar sind, ja, dann ist am Ende nicht klar, ob du mit diesem Startup überhaupt erfolgreich sein wirst und deswegen nützt dieser Turbo-Knopf dann auch nichts, ja, also deswegen erstmal die Hausaufgaben machen. In diesem Sinne freue ich mich über eure Fragen, gerne reinschicken, wir sammeln die und dann schnappe ich mir immer mal eine so zwischendurch und das war heute die Frage und dann beantworte ich die natürlich auch gerne. Wenn ihr Lust habt, hier mal im Podcast mit dabei zu sein, also das ist wirklich ein Angebot, ihr kennt ja unseren Markenclaim, Grow by Lifting Others, nehmt das wirklich ernst, also nutzt diesen Podcast hier, um euer Startup vorzustellen. Wir haben hier Unternehmer, die auch in andere Unternehmen investieren, wir haben Investoren, wir haben Business Angel, wir haben Digitalexperten, je nachdem, was ihr braucht, das kriegen wir dann in unserem Podcast-Talk raus, können wir euer Startup einfach pushen. Und wir haben eine Plattform, den Genes Align Space, wenn ihr den noch nicht kennt, da sind die Shownotes dieser Podcast-Folge drin, da sind jede Menge Ratgeber, Checklisten, Vorlagen, Video-Tutorials, Audios, alles was man so braucht, um Unternehmen zu führen, um Organisationen aufzubauen und dort können wir natürlich euch auch pushen und promoten, also nutzt diese Tools gerne, schreibt uns auf allen möglichen Kanälen, die euch einfallen, treffen wir uns hier im Podcast, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, wenn dir diese Folge Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify, ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Start in die neue Woche und wir hören uns am Mittwoch wieder, bis dann, ciao, ciao.